Ein neuer Animationsfilm aus dem Hause Illumination startet am 28. Juli in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um meine Kritik zu Pets, in dem Max, ein Hund, der in New York lebt, einen neuen Mitbewohner, nämlich Duke, bekommt und die beiden einen kurzen Konferenzkampf austragen, dann jedoch beide in Schwierigkeiten geraten. Wiedersehen, Gidget. Bis dann, Maddie. Bis dann, Schätzchen. Bis nachher, Chloe. Max, bis heute Abend. Hast du dich jemals gefragt, was deine Haustiere so denken? Oh, ich vermisse sie, wie verrückt. Sie ist wieder da! Habt ihr das Handy vergessen? Ich vermisse sie, wie verrückt. Worüber sie reden. Hi, wie geht's denn so? Sehr erfreut. Und was sie machen, wenn du nicht zu Hause bist. Schon Pläne für heute? Meine Schlachtpläne, genau aufgezeichnet, alles da. Da der Puderquast ist wohl eine Schraube locker. Max, das ist Duke. Duke ist ab jetzt dein Bruder. Chloe, ich hab ein Problem. Ich bin deine Freundin, deshalb muss ich ehrlich zu dir sein. Ich interessiere mich nicht für dich und deine Probleme. Das ist jetzt meine Wohnung und mein neues Körbchen. Oh, Duke, Katie wird unheimlich sauer, wenn sie sieht, dass... Katie... Katie flippt aus. Das war nur eine Vase. Ist das so, Duke? Ist das so? Oh, das ist ja ein Jammer. Hallo Max, wer ist dein neuer Mitbewohner? Den sind wir bald wieder los. Hey Max. Boom. Und tschüss. Was soll denn das hier werden? Meine Güte, wie siehst du aus? Warte. Max ist verschwunden? Wo ist Max? Was? Oh. Raus damit. Hilf mir. Guck mich ihn an. Aua. Guck mich an. Ich hole euch da raus. Oh oh. Das hier ignoriert ihr bitte. Okay. Ich finde euren Freund. Wie läuft's bei dir, alter Mann? Nur vorn, hinten rollt's. Tai. Du fährst echt wie ein Tier. Ich fühl mich heldenhaft. Etwas nass, aber ich seh trotzdem gut aus. Gut seh ich aus. Entdecke das geheime Leben der Haustiere. Sei ein braver Junge, Leonhard. Wie es sich 2016 für einen Animationsfilm gehört, ist der Film natürlich toll animiert. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und auch so genau. Und auch die Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Es sind so Charaktere, mit denen man sehr, sehr gut mitfiebern kann, mit denen man mit den meisten wirklich sehr, sehr schnell sympathisiert. Und das Einzige, was ich daran so zu kritisieren habe, dass es wirklich sehr, sehr viele Charaktere sind und der Film sich dadurch sehr, sehr viel Zeit lässt, die Charaktere dann einzuführen. Und da hakt das Tempo so ein klein bisschen. Aber das ist doch toll für so einen Familienfilm, für so einen Animationsfilm, wo auch kleine Kinder mit reingehen, dass man mit den Charakteren auch mitfiebern kann. Und auch der Humor ist wirklich sehr, sehr toll. Auch gerade, wenn man so selber ein Haustier besitzt, wie ich es auch besitze, kann man den Humor wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da sind so ganz witzige Dialoge und Szenen. Da kann man auch besonders als Tierbesitzer sehr, sehr viel Spaß haben. Auch die Story ist wirklich sehr, sehr gut gelungen hier. Die ist zwar sehr, sehr einfach und auch so ein bisschen wie in Zumania, aber ich finde für so einen Familienanimationsfilm ist es wirklich passend und okay. Aber in Zumania hatte diese Handlung oder dieses Drehbuch auch noch so das gewisse Etwas, weil es auch so Themen wie Rassismus und so angesprochen hat. Und ich finde, das fehlt hier so ein bisschen. Ich meine, das kann man nicht in jedem Animationsfilm erwarten. Aber dafür, dass ich ihm dann irgendwie neun oder zehn von zehn Punkten geben kann, finde ich, braucht der Film noch so einen gewissen Touch, so das gewisse Etwas. Das fehlt mir so ein bisschen. Das war halt in Zumania schon da. Und Pets ist ein guter Animationsfilm geworden, aber so Filme beispielsweise, die ich besser finde, Ratatouille und eben halt auch so Mania, die haben so das gewisse Etwas und das fehlt. Hier meiner Meinung nach so ein bisschen. Und wie gesagt, dadurch, dass die Charaktere so viele sind und so der Film sich so viel Zeit lässt, die einzuführen, hat dieser Film auch an der einen oder anderen Stelle am Anfang am Tempo. Ich gebe in diesem Film dann aber sieben von zehn Punkten. Ich fand den Film wirklich sehr, sehr unterhaltsam und man kann den sich wirklich als Familie sehr, sehr gut anschauen. Und das war's von meiner Review. Falls euch die Kritik gefallen hat, dann gebt ihr doch bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr eine andere Meinung zum Film habt, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und hier könnt ihr uns abonnieren und hier nochmal ein anderes Video anklicken, eine andere Kritik oder noch ein anderes Exo-Format. Ich werde euch da irgendwas reinpacken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit deiner Kritik. Mit mir, dem Frederik.